Klick, klack, Mission erledigt. Na, blubli, waren schneller als erwartet. Ja, danke. Hollywood in Not, Los Angeles, Kalifornien. Tippt nicht alle Zivilisten stehen unter den Gedankenkontrollen. Einige von ihnen können vorstellenden Schlagzeuger hilfreich sein. Ja, vernichten Sie die Fleischwölfe in der Stadt, vernichten Sie alle Gebäude, Juris. Böser Mann ist das. Arschloch. Gefechtskontroller aktiviert. Eintreffende Nachricht. Commander, Ihr MBF ist in Position in Los Angeles, ganz in der Nähe des Flughafens. Sie sollten einen eigenen Stützpunkt aufbauen, bevor Sie versuchen, Juris Truppen aufzuspüren. Sir, wenn wir den Bereich rund um den Flughafen besetzen und dann einen Ingenieur einschicken, Klingt doch gut. Commander, der Gegner benutzt eine ganz abscheuliche neue Technik. Abscheulich ist es nett. Es ist ein sogenannte Fleischwolf, der jedes organische oder unorganische Material in seine Elemente zerwägen kann. Ist doch geil. Ja, schön, wie sie sich selber unterbricht. Hoa! Sie haben einen Actionfilm-Helden gefunden. Ich liebe seine Vester. Ich kann mich, wenn Sie ihn vielleicht mal wiederholen können, für mich beobachten. Da! Und der Nachricht. Was? Ein paar dieser Zivilisten in Hollywood sind ziemlich widerstandsfähig, Commander. Vielleicht finden Sie bei denen Hilfe. Produktion Lott. Produktion abgestochen. So, und genau da mache ich jetzt mal nochmal einen kurzen Break. Moment, gleich wieder da. So, ich musste mir die Aufnahmeleiste besser hinlegen, dass ich sehe, was ich hier gerade an Zeit verballert habe. Ne, brauchen wir nicht. Juri hat nur ein paar Kleinigkeiten an Fluganheiten und zwar seine Untertassen. Die werden wir später definitiv kennenlernen. Ob man wollen oder nicht. Sind aber auch nicht so die Reißer, meiner Meinung nach. Wir sind unterstörbar. So wollen wir mal hoffen. Oh Gott, aber schwach wie eine Sau, Alter. Soviel dazu. Oh. Oh, jetzt geht's. Ja, weg da! Mann, geht mir das jetzt schon auf den Keks. Ui. Ah. Ah. Da finde ich, sind alle Fleischwölscher. Sir. Yes, sir. Wow, ich kann eine Grand Canyon bauen. Warum kann ich eine Grand Canyon bauen? So. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich in dieser Mission heftige Gegenwehr kriegen würde. Okay, wer da meint. Produktion abgestattet. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Äh. Wow. Also, auf die muss man tierisch aufpassen, die Schuriburis. Oh, hallo, Sir. Wo fährt denn der hin? Alter. Ist nicht wahr. Oh, hallo, Sir. Hallo. Was würde ich jetzt für ein Buntes geben? Hier war da irgendwo eins, oder? Stimmt. Abbeam's zurück. Gib Gas. Oh, ha. Oh Gott, der 1-4. Langt nicht, scheiße. Genau, mit dem ein bisschen die Gegend da kommt. Hm, fuck. So, wie dazu. Also, wie gesagt, wenn man Gebäude eingenommen hat, hat Juri eigentlich so ziemlich keine Chance. Jo, biems zurück und sammle drüber. Oh. Das sind gerade zwei. Du. Nein, nicht mein Filmhild verlieren. So. Mal gucken, ob's langt. Kommen sie drüber? Ja, klar. Einheit verloren. Einheit befördert. Hm. Knall ab! Yo. Okay. Wir kriegen doch heftigere Gegenwehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ähm. Dementsprechend werden wir uns doch etwas mehr bunkern. Rollt. Erlehrt. Gut. Wie ich sehe, wir sind erst bei 6 Minuten 30. Ist gut. Sehr gut. Er hat klein mit dem Richtigen angefangen. So. Produktion läuft. Produktion abgestattet. Neues Ziel erheißen. Training. Einheit bereit. Dann haben wir ein paar Häuser leihen. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Produktion läuft. Lada. Sehr geil. Gehen unterwegs. Wovor er da jetzt kommt. Geldtechnisch sind wir jetzt sehr gut wieder dabei. Nachdem wir jetzt hier die so lustigen Sachen gefunden haben. War kein Penance. Baue ich mir auch noch. Ach, halt's mal. Gut, dass ich die Panzerknacker da habe. Boah, klar. Wie realistisch. Einheit verloren. Reparatur läuft. Was? Wo? Wie? Funktion läuft. Einheit bereit. Einheit bereit. Oh, wir haben natürlich jetzt Bunte weg. Einheit bereit. Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Geschirr. Reparatur läuft. Einheit bereit. Krass. Gebäude verlassen. Einheit befördern. Einheit verloren. Gebäude eingenommen. Gestoppt. Abgebrochen. Ausfahrt hier. Aktion abgeschlossen. Stür. Ja, stür. Ausmarschieren. Bereit. Ausmarschieren. Alter. Ich habe mich vielleicht etwas verschätzt, was die Gegenwehr hier angeht. So, jetzt sind die Grandcaten jetzt in so ruhig. Einheit bereit. Schon mal. Ausjustieren. Oh Gott. Was ist los? Was ist los? Vergießt es. Die rüste ist gescheiter auf. Also das, was du da momentan reinstecken kannst, ist... Huch. Erinnert so gut. Wir wollen jetzt erstmal zaster und zwar ganz, ganz schnell. Klar sehen wir eh alles. Zeigen wir Ihnen, was wir haben. Machen wir uns auf den Weg. Oder? Erledigt, Sir. Oha! Zeigen wir Ihnen, was wir haben. Ah, da sind sie. Ja, Sir. Aber der Herr Kaiser Katana macht jetzt seinen ersten Safe. Den nennen, wenn wir... Camp Alice. Fertig. So. Kaiser Katana hier. Over and out.